Hi und willkommen zu einem neuen Fusion 360 Tutorial. Heute schauen wir uns einfach mal an, wie können wir diesen Schrank hier basteln sozusagen. Der ist dann zerlegt in einzelne Teile. Wir können dann hier einfach über unsere Parameter hingehen und die Größe des Schrankes ändern. Zum Beispiel die Höhe, wie auch die Breite. Und danach gehen wir sogar noch hin und schauen uns das Ganze an, wie kann ich das von Fusion dann auf ein Rohmaterial auslegen lassen, dass ich sozusagen das perfekte Schnittbild von meinem Rohmaterial nutze. Und wie das Ganze funktioniert, das seht ihr in dem Video. Ich wünsche euch viel Spaß und gerade das Rohmaterial anordnen, das sollt ihr euch anschauen. Das ist echt faszinierend. Und wir legen jetzt einfach mal direkt los. Dann legen wir einfach mal direkt los und als allererstes wollen wir sozusagen unsere Parameter anlegen, also unsere Variable, mit denen wir dann später unsere ganze Kontur oder unsere ganze Bauteile ändern können. Und das machen wir hier über Ändern und haben hier etwas, das nennt sich FX-Parameter. Gehen wir einfach mal rein und sagen hier Benutzerparameter und fangen mit dem ersten an. Und das soll sozusagen unsere Höhe sein. Die könnte man uns vorstellen mit 450 Millimeter. Dann wollen wir hier einmal dann noch die Breite haben mit 300 Millimeter. Dann könnte ich mir noch die Tiefe vorstellen natürlich. Auch 300 Millimeter hat man schon eine quadratische Oberfläche. Dann hat man eine Materialdicke von 12 Millimetern. Dann eine Toleranz. Diese Toleranz braucht man ab und zu, wenn Sachen nah beieinander liegen, von einem Millimeter. Dann machen wir noch die Höhe von unserer Schublade. Höhe, Schublade. Und die machen wir so round about 150 Millimeter. Was sieht das gut aus? Ah, ich denke mal hier so 200. Also einfach Doppelklick aufs Maß und dann könnte es hier schnell ändern. Und dann will ich noch so eine E-Höhe, also eine extra Höhe haben. An der Ex-Höhe von 30 Millimetern. Das brauche ich für etwas, was ich nicht weiß, wie es heißt. Ich hoffe, ihr könnt mir später sagen, wie es heißt. Okay, dafür legen wir einfach mal direkt los und sagen hier OK. Und fangen an mit einer neuen Komponente, mit unserem Korpus. Also machen wir hier Rechtsklick, neue Komponente und nennen den ganzen Spaß Korpus. Also, Name, du hast heute Korpus. Und dann legen wir unsere allererste Skizze gleich hier vorne drauf und sagen R für ein Rechteck und ziehen das Ganze von hier unten an auf. So, das Ganze soll natürlich hier die Höhe haben und hier die Breite. Und wenn wir das einmal haben und wir zufrieden sind, drücken wir Enter. Dann möchte ich gerne einen Versatz machen. Da möchte ich aber nicht alles auswählen. Deshalb sage ich, diese Kettenauswahl soll er bitte deaktivieren. Sondern ich möchte nur diese drei hier haben. Und dann möchte ich gerne einmal die Materialdicke haben. So, hier. Dann hätte ich gerne hier unten noch ein Rechteck drin. Hier ist es wichtig, dass wir die beiden Kanten fangen. Das hier soll natürlich unsere Materialdicke sein. Wir brauchen oben auch nochmal so ein Rechteck. Ich denke mal, ich erkläre euch gleich, für was die sind. Ah, so hier, Materialdicke. Und dieses Rechteck soll sozusagen ein gewisser Punkt von hier unten weg sein. Und das ist unsere EX-Höhe. Also ich weiß nicht, im Englischen nennt man das hier ganze Toe-Kick. Ich weiß nicht, wie nennt man das im Deutschen? Dieses Brett, was vorne sitzt, aber ein bisschen nach innen versetzt ist. Würde mich mal echt interessieren. Und hier oben wollen wir unsere Schubladen, also Höhe-Schublade haben. Perfekt. Jetzt sieht das alles soweit schon mal sehr, sehr gut aus. Wir müssen jetzt nochmal zwei Kleinigkeiten machen. Dafür drücken wir nochmal L für die Linie. Und verbinden die hier im Winkel. Warum machen wir das? Weil wir ja diese Bretter sozusagen mit einer Gehrung verbinden wollen. Und dadurch haben wir das gleich gegeben. Jetzt sagen wir einmal die Skizze fertigstellen. Und drücken einmal E für die Extrusion. Und extrudieren sozusagen das einzeln nach hinten. Das ist sozusagen die Tiefe. Sagen wir, okay. Blende ich mir nochmal kurz die Skizze ein. Und hier auch. Das soll auch wieder die Tiefe sein. Hier ist es aber jetzt wichtig, dass es nicht verbindet, sondern neuer Körper. Und sagen hier, okay. Rechtsklick, wiederholen. Hier auch wieder die Tiefe. Auch hier soll das ein neuer Körper sein. Rechtsklick, wiederholen. Nicht das hier, sondern der hier. Das soll auch die Tiefe haben. Und das Ganze soll auch ein neuer Körper sein. Und das letzte noch. Das hier. Und das wird auch ein neuer Körper sein. Perfekt. Damit haben wir jetzt unseren Korpus so weit erstellt. Wir haben die einzelnen Bretter hier. Fünf Stück. Uns fehlt nur noch eins. Und das ist sozusagen, ja. Das jetzt von unten sitzt. Das heißt, wir schauen uns den ganzen Spaß von unten an. Markieren das hier. Sagen hier auch einmal ein Rechteck. Wichtig ist, dass wir nochmal P für die Projektion für die andere Seite machen. Also für diese Seite hier. Und sagen, okay. Damit wir beide Sachen da haben zum Auswählen. Dass wir da immer die richtige Auswahl haben. Und dass Fusion das immer nachziehen kann. Also auch hier nochmal eher für Rechteck. Hier ist es auch wieder wahnsinnig wichtig, dass wir die Linien der Außenkanten fangen. Das hier ist unsere Materialdicke. Und hier würde ich einfach mal sagen, das ist auch unsere E-Höhe. Oder unsere Extrahöhe. So hier. Und dann sagen wir einmal E für die Extrusion. Und da wählen wir aber so die Platte hier aus. Damit wir einfach eine feste Definition haben, wie hoch das Ganze sein soll. Und wir könnten aber auch hier uns einfach eingeben, unsere Ex-Höhe. Dann wäre das dasselbe. Nur einmal umgekehrt. Falls jemand von Fusion zuschauen sollte. Also von Siemens, das ist ein Ex-Tool. Hat ein wahnsinnig geiles Feature. Das heißt, wenn ich Doppelklick auf die Höhe macht, invertiert er sie. Falls jemand zuschauen sollte. Wäre richtig geil. Also wir machen hier aber ein Minus jetzt davor. Dann geht das auch so. Und wir sagen, das soll ein neuer Körper sein. Und wir sagen, okay. Dann haben wir hier sozusagen unseren Grundkorpus für den Nachtschrank. Jetzt möchte ich ja noch gerne die Schublade reinhaben. Dafür machen wir eine neue Komponente. Das heißt, wir gehen hin. Und legen eine neue Komponente an. Hier, neue Komponente. Diese Komponente soll aber die Schublade sein. Und wir sagen, okay. So, dafür legen wir als allererstes hier vorne eine Skizze drauf. Warum hier vorne? Einfach, dass wir in dieser Ebene arbeiten. Dann sage ich einmal P für die Projektion. Und hole mir diese vier Kanten hier rein. Und sage, okay, wichtig ist immer noch diese Projektion zu knüpfen. Was die an ist. Dann möchte ich einen Versatz haben. Von dieser Kante. Aha. Ich weiß nicht, ob das jetzt so funktioniert. Wenn ich mir das vorstelle. Ja, obwohl wir könnten hingehen und sagen. L für Linie. Markieren die beiden hier. Drücken einmal X. Was haben wir jetzt hier gemacht? Wir haben uns sozusagen den Mittelpunkt vom Rechteck rausgeleiert. Und wenn wir jetzt sagen, hier R für Rechteck, haben wir hier ein Mittelpunktrechteck, was wir direkt hier auf den Mittelpunkt ansetzen können und das Ganze aufziehen können. Und das Ganze ist ja natürlich jetzt die Schubladenhöhe minus zweimal unsere Toleranz. Und dasselbe machen wir hier. Das hier ist ja jetzt die Breite von dem Schrank. Breite. Minus zweimal die Materialstärke. Minus zweimal die Toleranz. Und nun sollte das alles sauber definiert hier drinnen sitzen. Und wir können jetzt einfach sagen, E für die Extrusion. Und das soll natürlich minus unsere Materialdecke sein. Jetzt sagen wir einmal OK. Und haben dann hier die erste Platte für unsere Schublade. Sehr gut. Jetzt gehen wir mal hin und blenden den Korpus aus. Dann legen wir hinten auf unsere Schublade eine Skizze an. Und diese Skizze soll ja sozusagen jetzt hier drinnen definieren, wo unsere Kanten sind für die Schublade. Dafür legen wir als allererstes ein Rechteck an. Dieses Rechteck soll von unten links nach oben rechts laufen bis hier rüber. Das Ganze soll einmal hier die Breite, wie wir es vorhin hatten, also die Breite, minus zweimal Materialstärke, minus zweimal Toleranz. Und die Höhe, da könnten wir jetzt einfach mal sagen, wir haben ja sozusagen die Höhe der Schublade, minus die Materialstärke. Und dann haben wir das hier so ein bisschen unten sitzen. So, irgendwo habe ich jetzt hier einen Fehler in der Formel drin. Breite, minus. Ja, da ist es. Zweimal. Dann passt das. Sehr gut. Und von dieser brauchen wir dann noch einen Versatz. Das heißt, hier könnten wir gerne nochmal meine Versatznummer machen. Können wir hier gerne die Kettenauswahl aktivieren. Wählen den ganzen Spaß aus. Und sagen, das ist dann minus unsere Materialdicke. Hier gehen wir dann hin und sagen einmal L für die Linie. Machen dasselbe wie das letzte Mal. Wir verbinden diese Punkte für die Gehrung. Und hier oben würde ich das einfach senkrecht nach oben verbinden. Und dann gehen wir hin und sagen E für die Extrusion und extrudieren die ganzen Sachen. Jetzt hier einmal die Tiefe, minus Materialstärke und minus Toleranz. Und weil ich ein ziemlich voller Mensch bin, markiere ich mir jetzt diese Formel und kopiere sie mir. Dann sage ich hier ein neuer Körper und sage, okay. Dann machen wir das nochmal. Wiederholen die Extrusion. Blenden hier unsere Skizze nochmal ein. Skizze, Skizze. Wählen das jetzt ja aus. Machen Command, also STRG V. Können das Ganze einfügen. Sagen neuer Körper und okay. Das machen wir jetzt noch einmal für hier. Command V oder STRG V. Neuer Körper, okay. Und dann ist das alles hier sauber erstellt. Jetzt fehlt die letzte Skizze. Die legen wir hier hinten an. Und die ist jetzt einfach nur dafür da, dass wir sozusagen die Schublade schließen. Da können wir wieder hingehen und sagen P für die Projektion. Und projizieren uns den ganzen Spaß hier rein. Ziehen Rechte von oben links nach unten rechts auf. Drücken wir einmal E für die Extrusion und extrudieren das hier minus die Materialdicke. Okay, so. Auch das soll ein neuer Körper sein. Und wir sagen, okay. Jetzt haben wir sozusagen das Ganze einmal fertig. Und alles ist in einzelnen Brettern. Jetzt könnt ihr hier euch natürlich noch austoben. Oben eine schöne Platte drauf machen. Oder was auch immer euch jetzt gerade hier noch fehlt. Aber was ich euch noch gerne zeigen will, ist, wenn ihr sozusagen ein Rohmaterial habt. Also es gibt ja diese Platten, die kann man ja kaufen. Was sind die? Die sind ja 2,50 Meter auf 2 Meter. Und davon möchte ich das hier zum Beispiel gerne ausschneiden. Das heißt, ich gehe mal hin und mache mal hier eine Skizze nochmal. Ganz neue Skizze. Jetzt legt er mir die Skizze. Doch, er legt sie richtig an. Passt. Und da definieren wir einfach mal, wie groß unser Grundmaterial ist. Zum Beispiel die eine ist dann 2.000 auf 2.500. Also 2 Meter auf 2,50 Meter. Und ich sage Skizze fertigstellen. Und jetzt können wir nämlich hingehen. Das ist nämlich ziemlich cool. Und sagen über Ändern, Anordnen. Können wir Komponenten anordnen. Dafür müssen wir ganz kurz noch einen kleinen Trick machen also. Weil wir nur Komponenten anordnen können. Das heißt, wir gehen in den Korpus rein. Wählen unsere ganzen Körper aus. Machen Rechtsklick. Und sagen Komponenten aus Körpern erstellen. Dann passt das schon mal. Und dasselbe machen wir hier in Skizzen. Wählen alle Dinge aus. Rechtsklick. Komponenten aus Körpern erstellen. Dann klappen wir unseren ganzen Baum auf, dass wir alles sehen. Dann gehen wir hier nochmal auf Anordnen. Und sagt er, welche Komponenten will ich. Ich brauche diese, diese, diese und diese und diese. Und diese und diese und diese und diese und diese. Gut. Jetzt brauchen wir noch eine Hülle. Wo soll das Ganze drauf liegen? Das soll hier drauf liegen. Und jetzt berechnet er das Ganze. Und legt uns das so aus, dass es am besten auf unser Rohmaterial passt. Ist das nicht genial? Macht das das Leben nicht verdammt einfach? Man könnte jetzt auch sagen, okay, mein Rohmaterial ist jetzt aus irgendwelchen Gründen. Na, ich habe nur noch Verschnitt zu Hause. 1500 auf 1500. Skizze Fertigstellen. Und dann schaut Fusion, ob das da reinpasst. Okay, es passt immer noch sehr, sehr einfach rein. Lass uns das nochmal ändern. Dann lass uns das mal vielleicht auf 900 ändern. So hier. Und jetzt findet Fusion einen neuen Weg, das hinzulegen. Also ihr seht, ihr schaut immer, dass ihr das Material am besten sozusagen da rein kriegt. Genau. Jetzt könnten wir das auch nochmal abändern. Also wir gehen jetzt mal hier und sagen Parameter. Fügen nochmal zwei Parameter rein. Das ist dann Rohmaterialhöhe. Und das ist dann, die Höhe, sagen wir mal, ist 2000. Und Rohmaterialbreite. Rohmaterialbreite. Und das ist auch nochmal 2000. So hier. Dann könnten wir das noch in dieser Skizze hinterlegen. Also wenn wir jetzt hier nochmal reingehen, sagen wir, das hier ist dann Rohmaterialbreite. Und das ist dann Rohmaterialhöhe. So. Perfekt. Skizze Fertigstellen. Und dann ordnet ihr euch das Ganze ein. So. Jetzt wollen wir mal sagen, ihr solltet es erstmal nicht zuordnen, sondern wir wollen uns erstmal anschauen, wie verhält sich unser Körper anders, wenn wir jetzt die Parameter ändern. Und dann dafür gehen wir in der Timeline die letzten paar Schritte zurück, dass wir wieder nur unseren Schrank da haben. Und können jetzt hingehen und sagen, ändere mir mal die Parameter. Jetzt ziehe ich mir das mal alles so ein bisschen zurecht, dass man ein bisschen was sieht. So hier. Jetzt ziehe ich mir das hier mal ein bisschen rüber. Ein bisschen kleiner machen hier. Zack. Und dann sagen wir zum Beispiel, dieser Schrank soll eine Höhe von 600 haben. Und wir sehen, wie Fusion das Ganze hier dann aufzieht. Oder das Ganze soll dann eine Breite von vielleicht 500 haben. Und das ist ja das Geniale jetzt, wenn wir es hier einfach okay sagen und gehen diese Schritte wieder nach vorne mit der Funktion hier. Sehen wir auf dem Rohmaterial auch von einem großen Schrank gleich die ganzen Sachen ausgemappt und könnten das dann auch gleich zum Sehen geben. Vor allem das Tolle ist, er macht das ja nicht hier Kante auf Kante, sondern es ist wirklich für das Sägeblatt noch ein bisschen Spiel drin. Und das könnte man dann hier auch noch alles einstellen in dieser Anordnungsfunktion. Genau. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. War ein bisschen was Neues für euch dabei. Ich finde, das ist eine super geniale Sache. Und dann hören und sehen wir uns das nächste Mal wieder. Und bis dahin wünsche ich euch immer super viel Spaß beim Konstruieren. Ciao, ciao.